Willkommen zu einer neuen Folge GTA 500 Custom Maps. Wir spielen hier einen Cunning Stunts Parcours und zwar heißt er Hashtag T Phillips, also Hashtag Trevor Phillips, zusammen mit dem Dark Legends LP. Hallo! Hallo! Er hat den Osiris, den normalen Osiris, aber kann auch mit dem nicht fahren. Lipp doch auf! Okay, es sieht schon mal sehr nach einem Buschelgruschel aus. Ah nein! Jetzt wollte ich mein Mikro weiter höher nehmen und jetzt fahr ich wie Gott in... Wieder auf Scheiße! Nee, wie Gott im Scheiß aus! Jetzt lässt du unten dich einfahren! Ich werde ihn doch fliegen! Und mich hat gelegt, ich hab mich jetzt geschnauzt, toll! Hauptsache im Auto geschnauzt! Ja, dein Auto hat sich geschnauzt! Denn jetzt hältst du die Schnauze! Ich, hier sitzt gerade eine Fliege auf meinem zweiten Bildschirm. Die ist genau... Ja, aber mir klick jetzt das Telefon! Bestimmt! Schon komisch, dass immer, wenn bei mir was ist, gerade bei dir was ist! Ne, ich bin mir klick jetzt das Telefon! Ich hab' jetzt die Fliege weggeflogen! Ich hab' jetzt die Fliege weggeflogen! Hat's jedenfalls aufgehört! Ich hab' jetzt die Fliege weggeflogen! Ich bin rausgeflogen! Ich hab' jetzt die Fliege weggeflogen! Ich bin losgeflogen! Ich bin losgeflogen! Ich bin losgeflogen! Ich hab' jetzt die beste Runde, aber... Ich hab' den Punkt! Das ist ja... Ich hab' den Punkt! Das ist ja... Scheiße! Kann ich diese Kackspirale nicht? Die sind leicht! Ich hab' den Punkt nicht bekommen! Das ist auch geschafft, dass er euch den Punkt nicht bekommen! Die kann ich sche... Haha! Das ist... Irgendwie immer, wenn bei mir was ist, ist es gleichzeitig bei dir! Wirklich! Erstens, was soll ich für' dir? Hier! Ich... 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 Ich sporn in der Luft! Okay! Oh! Ich hab' euch ang... Ich hab' mich rengerupt! Was machst du mit deinem Mikrofon? Das klingt bei mir so, als ob du das essen würdest, rein... reinbeißen würdest! Wie... Wie hast du das geschafft? Hallo? Ich glaube, jetzt ist er tot! Hallo, Basti! Lebst du noch? Ich glaube, er ist gerade in Rage-Mode! Wow! Das sollte abweichen! So... Solche Elemente finde ich cool, Leute! Also... Wenn jemand eine Map baut... ... ist sowas! Aber wo ist nur Basti? Ist er nur... Ich weiß nicht, wo er ist! Hallo? Hat er Verbindungsproblem? So... Das ist scheiße! Wenn irgendwie Leute mitten in der Aufnahme... ... dann irgendwie einfach wechseln... ... und kein... ... verrückt mehr zu machen! So... Ja, ich schlage jetzt auch nur noch vom Mikro so aus... ... wie in den letzten Folgen... ... ich hoffe... ... es ist jetzt immer noch so... ... da ich... ... halt einfach noch nicht so... ... die Einstellung dafür gefunden hatte... ... aber es... ... dürfte jetzt... ... wieder schmuch und geschmeidig klingen! ... ... also... ... der ist immer noch bei der gleichen Stelle... ... der ist wahrscheinlich auf Kagegang... ... ja, ich war kurz ab... ... ach so, ja... ... ja, ich habe gerade nur Gutes über dich geredet... ... also... ... glaube ich dir nicht... ... glaube ich dir auf jeden Fall nicht... ... guck... ... guck in meine Aufnahme... ... ich habe den... ... jetzt habe ich den Punkt hier nicht bekommen... ... wir machen eine erste Runde von... ... von dem War... ... War... ... War... ... ich bin jetzt... ... aber ich muss gleich weg, also... ... so... ... aber die Map spielte noch zu Ende, oder? ... muss man... ... ja, würde halt auch... ... eine etwas kürzere Folge... ... aber auch besser eine kürzere als gar keine... ... mach doch mal... ... mach doch mal... ... mach doch mal... ... alle noch oder was... ... also nicht... ... ne, ich nehme keine Alleen auf... ... ich lass dann die wieder... ... das wird wieder so eine kürzere Folge... ... aber ich lass dann... ... ja... ... muss dann nämlich nur weg... ... ich denke mal, der Anruf gerade... ... in meinem Vater war das... ... naja... ... aber die Spiralen hast du jetzt, oder? ... als ich gerade habe... ... ich bin an... ... ich bin an dem... ... an dem hier... ... Rotmund... ... was weiß ich... ... welche Farben es noch gibt... ... den hast du noch nicht? ... da bin ich gerade dabei... ... der nicht von mir gerade... ... hast du den jetzt geschafft? ... ne, ich bin noch dabei... ... auf den habe ich gerade wieder... ... das was freigeschaffen... ... hab ich gesehen... ... ich hab den Punkt nicht bekommen... ... ich hab den Punkt nicht bekommen... ... ich hab den Punkt nicht bekommen... ... Alter, Leute... ... ich darf den immer noch nicht... ... ich bin nicht der Robert-Kloch... ... nicht bereit... ... du bist ja... ... ich bist ja... ... bei deinem Namen... ... er geht jetzt... ... in dieatasatrie... ... die chanting... Das ist eine blöde Moritz. Ach, scheiße, wieder rausgeflogen. Du brauchst gar nicht lenken, wenn er nur etwas nach oben... Ja, ich... Denk ja nicht mehr. Und wieder rausgeflogen, ich gucke wieder rausgeflogen. Oh... Ich warte jetzt hier extra auf dich. Ich kann... Geh präzile! Nein, ich... Egal, ich freue mich weiter. Geh präzile. Ach, Manu, da komme ich ja durch meinen eigenen Troll wieder durch. Ich habe dort unten so schön vor einem Wall-Riot-Hachbomben... Ähm, Annäherungen für ihn platziert. Ich habe den Druck ja schon wieder nicht bekommen. Druck! ETA willst du mich eigentlich? Ich glaube, ich habe ihn auch nicht bekommen. Hm. Du siehst, die Reifen zerspiegeln, ich kann auch was geliehen. Weißer nicht. Ich habe den Punkt. Du kannst mir keine Reifen zerspiegeln. Ich weiß, aber ich werde nicht verschießen. Warte mal, dass sie die Bombe rausschmeißen. Ich kann den Reifen zerspiegeln. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das war ja nicht. Wie? Das ist für die Reifen. Ey, das ist für die Reifen. Ich kann den Reifen zerspuchen. Ich weiß nicht! Das ist ein bisschen schwierig vielleicht. Nö, eigentlich nicht. Bist du auf einer Fahrer-Geterra-Shop? Ja, ich, ja. Ja, gut doch, genau. Oh, ich muss los. Sorry. Tschüss, Pocky. Dann, tschau. So, dann können wir jetzt die Runde nicht zusammen mit dem Basti beenden. Aber dann wäre er nicht so alleine, da wird es heute, ja, in der 10-Minuten-Folge gut. Ja. Ach nein, da werde ich jetzt aber durch meinen eigenen Stroll durchfahren. Naja, so ist das halt eben. So, ja, wenn ich manchmal jetzt in den Folgen von irgendwie was Datummäßiges erzähle, ähm, nicht wundern, wir nehmen diese Folgen alle an einem Tag auf. Na gut, die ist jetzt wieder einen Tag später aufgenommen, aber... halt später aufgenommen und deswegen haut es manchmal von der Synchronität nicht ganz so hin, wie es vielleicht soll. Ach nein. Ja, ich hoffe, Basti... Ah ne, wenn Basti jetzt verlassen würde... Ich weiß nicht, ob dann der Countdown abläuft. So, und dann beenden wir hier die Runde noch. So, ja, ich habe in einer Folge gemerkt, da habe ich gesagt, dass Selfradio habe ich mir die ganze OBS-Mediathek... Nein, natürlich nicht OBS, ich meine NCS, aber... Ich meinte es ja das gleiche so. Und dann sind wir im Ziel, dem Basti brauchen wir nicht mehr zuschauen, der ist AFK. Ja. Da warten wir jetzt trotzdem noch die 30 Sekunden. Okay. Und dann würde ich sagen, dann war es das für die heutige Folge. Doch mit 11 Minuten etwas schnuckeliger, aber dafür sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.